Guten Morgen! Hier ist dein heutiger Kuss aufs Ohr zum Thema Kraftquelle. Wir alle haben einen Ort, an dem wir Kraft tanken. Dieser kann innerlich sein oder im Außen. Begib dich an den Ort deiner Kraft. Schöpfe wieder Energie aus deiner eigenen Quelle. Ganz gleich, wo er ist, verbinde dich mit ihm und spüre, hier kann ich mich vollkommen aufladen, mit meiner Energie, auf meine Art und Weise. An dem fühle ich mich wohl. Ich weiß, dass ich mich da immer zurückbegeben kann und ich weiß, dass ich mit mir immer selbst in die Kraft gehen kann, die ich brauche, auf das mir mein Leben gut gelingt. Sage dir, ich begebe mich an den Ort meiner Kraft. Ich wünsche dir einen kraftvollen Tag. Deine Michaela Merten